Yo! Was, Gerne kommst, neun YouTube-Video. Okay, Digga, reicht. Auf jeden Fall, was machen wir heute? Erzähl' mir mal. Heute machen wir eine ... Ja, Alte Streit, Digga! Erzähl' nochmal. Erzähl von Anfang an ganz ruhig. Du musst epische Musik reinen. Du machst aber epische Musik reine. Und jetzt? Heute? Ja. Machen wir eine Challenge? Ja. Die nicht von uns ist. Du bist ehrlich? Ich bin ehrlich. Du bist ehrlich. Von wer ist die? Die Challenge, die wir heute machen ... ... ist? Die Idee von Joker 2 Lulu. Die Idee ist auf jeden Fall hier von uns, die ist von? Joe Katululu, unserem Bruder von Nadematik. Auf einmal Bruder, ne? Weil wir in den Klang haben wir mal Bruder. Auf jeden Fall haben wir es noch nie persönlich gesehen, aber schöne Grüße auf jeden Fall. Die Idee ist von ihm natürlich, wir wollen nicht sagen, was von uns ist, aber wir finden das geil, deswegen machen wir das. Ich glaube, jeder kennt das, wie das geht, oder? Jeder weiß, wie das geht. Wie geht's dein Klärkurs? Ich habe zum Beispiel jetzt eine Zuordnung von Smilies, eine Anordnung, die ich dir zeige. Okay. Das beinhaltet einen Songtitel. Ja, okay. Und das musst du erraten. Heftig erklärt, auf jeden Fall. Krank! Krank damals studieren, Digga, die haben mich nicht gelassen. Eine Menge. Okay, wie geht's los, Bruder? Da fängt man an, macht mich niemanden an. Wo fängt jemanden an und wann? Wer fängt niemanden an. Adam, das ist deine Idee. Du hast das geklaut, mein Job. Das ist deine Idee. Du hast 30 Sekunden Zeit dafür. Digga, gib mir sogar 10 Sekunden, Bruder, ja. Warte mal. Nein, Spaß, es geht 30, komplett 30. Okay, von 0 bis 30. Aber guck mal, ihr schickt schon noch 30. Nein, jetzt schickt überall. Ja, okay, ich hab' bekommen, ich hab' bekommen. Okay, ihr habt' bekommen. Warte. Drei, zwei, eins, los. Hä? Controller? 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 Was ist das, Digga? Bist du dumm? Playator? Nein. Hä? Controller? Was für ein Controller, Digga? Warte mal, Leute. Kannst du gleich. Ja, warte. Was war's? Was war das? Game Changer. Bruder, ist schon heftig, Digga, sei mal ehrlich. Game, verstehe, aber der Changer ist schon... Der ist noch der Wechsel. Change. Der ist nicht so gut. Ja, okay, komm. Okay, okay, war gut. War okay, war okay. Bist du ready oder hot? Ja. Okay, drei, zwei, eins und los. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Hä? Er checkt nicht, Digga, er checkt nicht. Der ist auch heftig, Digga, ich will eh. Hammerwechsel, Sonnenuntergang, ey. Was? Das ist ein Song. Weißt du, was für Hammerwechsel Sonnenuntergang? Was ist denn das Song, oder? Vorbei. Ja. Von Ufo, Acker jeden Tag. Wie kann man, weißt du? Acker jeden Tag, weißt du? Ackern, dann dieses... Jeden und dann Sonnenaufgang, Tag, weißt du? Acker jeden Tag. Ja, Digga, du bist ja richtig behindert, ist das ja schon, Digga. Warum, Junge? Oha, Mann, wieso? Wuhu! Wenn du nicht errätst, ne? Ja, Juhu. Dann hat die Menschheit keinen Sinn mehr. Drei, zwei, eins, los. Meldsehen, von Juni. Ja. War auch echt leicht. Ja, war zu einfach, Digga, was ist das denn? Ich dachte, du bist noch dümmer, Digga. Wie redest du, Digga? Wie redest du eigentlich letztendlich, Digga? Ja, Bannabag, Eigo, Bannabag, Mono. Drei, zwei, eins. Hä? Irgendwas mit Beten? Freiheit? Weißt du nicht, Digga? Denk nochmal richtig scharf nach in deiner Böhne da drin, Digga. Mann? Ja? Ja. Betet für weiße Taube. Er checkt nicht, ja. Mann betet für weiße Taube. Geht vorbei. Weißt du, was es ist? I believe I can fly. Checkst du? Also ein Mann. Ja. Er glaubt. Er kann fliegen mit Taube. Was ist los? Was ist los, Bruder? Ich sag, helf nicht, Bruder. Jetzt habe ich auch einen, wo ich finde. Ich habe den ziemlich gut dargestellt. Drei. Eigentlich müsste es wissen. Drei, zwei, eins, los. Hä? Fahrrad. Zurück zu Schwein. Verboten. Helal. Ah! Zielhelal. Zielhelal. Einmal Zielhelal, Digga. Ich fühle, ne? Ja, 2-0. 2-0, ne? Oha, Digga. Nebenbei haben wir 2-0 dafür. Das ist echt krass gemacht. Digga, der ist heftig, Digga. Der ist heftig. Aber Digga, der ist gut. Der ist echt krass. Ich habe damals so Emoji gearbeitet. Den checkt man direkt. Und... Los. Hä? Ich habe kein Nadiers. Oha. One-Night-Stand? Ja, okay. Ja, ist zu einfach, Bruder. Ja, sag ich doch. Ist zu einfach gewesen. Du hast euch keinen Bock, Digga. Okay. Drei, zwei, eins, los. Was? Auge, 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 Auge. Auf Haar. Jemand macht Auge auf Beziehung. Und zwar Männer, ha? Jeder macht Auge? Alle machen Auge. Drei, zwei, drei. Für euch alle. Für euch alle. Für euch alle. Warum nicht? Was? Was? Orlai Sonnass. Von Farid Beng und Kollegen. Was denn? Was denn? Ja, okay, Digga. Ja. Seid mal ehrlich. Ja, ja, schon. Ist schwer, aber kann man machen. Ja, okay, Digga. Ist geschickt. Und... Let's go, my friend. Was ist denn, ob er das erzählt? Ich wein vorm Krankenhaus. Warte rein, Folger. Checkst du das Spiel überhaupt, Digga? Du hast mein Herz. Nein. Okay, vorbei. Bruder. Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel. Verstehst du, was ich wein? Digga, du checkst das nicht, Digga. Wenn du den richtigen Gedankengang hast, erregst du sofort. Aber wenn nicht, dann bist du gef***t. Okay. Gut, dass der schon mal pippen muss hier. Gut. Ja. Drei, zwei, eins, los. Ich bin gef***t, Digga. Aus rein und aus ein Haus. Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus. Ein Haus, ein Haus, raus. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Von AZ und Miami sind rein raus. Du bist die Fachbarkeit. Warum ist doch rein raus? Das ist nicht so sehr männlich, Bruder. Alles gut, alles gut. Alles gut, Digga. Also kein privates Problem, ne? Nein, kein privates Problem. Bist du bereit oder hart? Ja. Und los! Komm! Das musst du bis zum Ruder. Video. Video. Frau. Frau. Krankenhaus. Junge, du darfst ein Haar. Haar. 4. Hotel. 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 Mehr kann ich dir auch nicht helfen, Digga. Kamera. Digga, das ist schon so... Das ist schon... Kamera, Frau, Hotel. Kamera, Frau, Hotel. Kamera, Frau, Hotel. Digga, du musst jetzt... Digga, du schickst das Video nicht mehr. Genau wie, Digga. Film. Ist vorbei, Digga. Bruder. Szene im Hotel. Szene im Hotel. Mit Bowser, Digga. Weißt du? Natürlich, Mann. Kennst du doch, Bruder. Komm, ich zeige dir jetzt. Ich zeig dir das jetzt. Warte, warte. Guck mal, so eine Lieder, die ich nicht... Guck mal, guck mal. Guck mal. Jetzt hab ich einen für dich. Das ist echt ein Geschenk, Bruder. Ja? Ehrlich? Schick rüber, ich bin gespannt hier. Das ist echt ein Geschenk, Bruder. Ich schenke ihn nämlich gerne. Vom Herzen. 3, 2, 1, los. Was? 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 2, 2. Habibu. Geschenk, Digga. Was war ein Geschenk? Was ist das, Junge? Nice, Geil? Weinst du? Hast du Nice, Geil gesagt? Ja. Wann du vor? Ja. Das ist nicht. Wer ist das? Oh, Tomam, Tomam, Nacht. Ja, Bruder. Das ist echt ein Geschenk, Digga. Ja, geht, Digga. So Geschenk war auch nicht jetzt, Digga. Guck mal, was ich jetzt... Guck mal, okay, okay. 2, 1, 2. Was ich dir jetzt schenke, hast du das Geschenk. Ich bin ehrlich. Also, ob euch Weihnachten ist. Und los. Los. Nennen wir einen Boss? Nein, nein. Könnte raus sein, echt, Digga. Aber nein, Digga. Das sind mehrere. Du musst einfach denken, Digga. Das ist auch ein bisschen übertrieben, aber ich bin ehrlich. Egal. Lass mich hauen jetzt her, wenn ich das dir sage, glaube ich. Guck mal, jetzt... Jetzt vorbei. Äh... Niemals ohne mein Team. Weißt du? Das sind ganz viele. Und dann... Niemals ohne... Mein Team. Weißt du? Zwei Männer auch. Er ist ein Geschenk, Digga. Du hast dich gef***t. Er ist ein Geschenk. Es geht los in 3, 2, 1, los. Hä? Hotline Bing? No. Facetime? Ruf mich auch noch Facetime. Telefon, Telefon? Nee. Denk mal nach, Digga. Hä? Kein Netz. Flugmodus. Kein Handy. Ich hab kein Handy. Wo ist mein Handy? Boah, Digga. Du hättest es fast, Digga. Von Nate. Kein Empfang. Kein Empfang. Oh, kein Empfang von Nate, Digga. Stimmt. Bruder, was jetzt kommt, ne? Ich bin ehrlich. Wenn das hier redest, bist du echt ein Idiot, Digga. Sag nicht so. Wenn du das echt nicht erraten, dann stellst du mir vor. Und jetzt. Das ist einfach. Ich hab ein Bullisch jetzt meine Idee, Digga. Das ist zu einfach genug. Das wäre echt zu einfach. Ich würde sagen, unentschieden, ne. Einfach unentschieden. Keiner hat gewonnen. Wenn euch gefallen, dann machen wir noch eine Folge. Bei, keine Ahnung, 10.000 Likes würde ich sagen. Wie gesagt, das Format ist von Joker. Also bitte macht kein Hate in den Kommentaren. Aber sonst was wir sagen. Das ist doch selber. Es ist von Joker. Er hat auf jeden Fall Patent drauf. Es gibt Leute, die sagen's. Es gibt Leute, die sagen's nicht. Wir sind Leute, die sagen's, man. Da muss schon einen Hack geben, dem der Hack gehört. Weißt du? Snapchat, Instagram findet ihr unten in der Beschreibung. Fuß. Soll ich mal sagen? Fuß. Warum Fuß? Warum Fuß? Wir machen jetzt ein Emoji hin. Und ihr schreibt in den Kommentaren, was das ist. Okay? Ist das gut oder ist das gut? Einmal du machst den, okay? Einmal du machst den, okay? Einmal jetzt wäre es miese einfach für euch. Hier unten auf jeden Fall entziffert den und sagt uns an, was es sein könnte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Und ihr sagt doch einmal tschüss, ja. Einmal. Tschüss. Fuß.